Die Lads, die hier auch gespielt haben, das ist eine Freude, eine innere und eine äußere Freude. Das letzte Stück von uns heißt, wovon ich nicht sterbe und ist die Antwort auf die Frage, kann man davon leben? Die Lads, die hier auch gespielt haben, die hier auch gespielt haben. Eigentlich wollte ich auch nur fragen, sei denn, kann man denn auch davon leben? Und die Gitarre nicht spielte ja, richtig schnell kann man sowas studieren. Was kann man damit so verdienen? Zeit, wo kann man denn auch davon leben? Oh, Mitch, was steht hier, steht hier noch einmal? Wir können doch noch was schämen. Ich bin jetzt hier noch mal. Ganz schön. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018